Ja, Freunde, ich habe jeden Monat ein bisschen was weggelegt und endlich ist er da. Ich konnte mir leisten Rolls-Royce. Halleluja, ich nehme euch mit. So, dann werde ich euch doch mal auf einen kleinen Ausflug mitnehmen mit dem Rolls-Royce Cullinan. Benannt nach dem größten Rohdiamanten der Welt. So, wir fahren los. Wie man hört, hört man gar nichts. Also, das Ding, was ja immer über Rolls-Royce behauptet wird, du hörst nur das Ticken der Uhr höchstens, kann ich hier definitiv bestätigen. Es ist Wahnsinn. Und du schwebst. Also, man kann sich schon vorstellen, mit dem Auto ewig zu reisen, weil es ist wirklich wie auf einer Sänfte. Es ist ruhig, du schwebst. Ich bin jetzt gerade über irgendwelche Ruckel gefahren, man merkt es eigentlich fast gar nicht. Diese Ruhe ist fantastisch. Also, es ist wirklich unfassbar, wie ruhig das Auto ist. Du kriegst nichts von draußen mit. Es liegt aber auch daran, es sind 100 Kilo Dämmmaterial hier verbaut worden und doppelt dreifach dickes Glas. Also, ich weiß schon, wo die Ruhe auch herkommt. Also, ich kann mir schon vorstellen, du bist hier in deiner eigenen Welt. Und wenn du auch durch die Stadt fährst, du wirst so wenig mitbekommen, was natürlich teilweise fantastisch sein kann, dass du die ganzen äußeren Einflüsse, die dich oft nerven, Lärm und so weiter, das kriegst du hier nicht mit. 570 PS, 850 Newtonmeter. Das Ding ist in 5,2, 5,3 Sekunden auf 100, schneller als so mancher Sportwagen, 250 Stundenkilometer Spitzengeschwindigkeit. Und die erreichst du locker. Gerade natürlich durch die Newtonmeter schiebt das Ding und hört nicht auf zu schieben. Das ist das reine Vergnügen. Achtung. Mann, schieb, 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 hört nicht auf, hört nicht auf, hört nicht auf. Ich sollte ein bisschen abbremsen. Ah, und wir waren, wir waren regelkonform, aber wir waren sehr schnell auf der Geschwindigkeit, die man hier fahren darf. Also, das Auto macht auch richtig Spaß, muss man sagen. Es ist ja nicht nur irgendwie, dass es so ein Auto ist, wo du nur irgendwie schweben möchtest, sondern du kannst damit auch richtig Gas geben. Die Lenkung ist fantastisch, auch weil er Hinterradlenkung hat. Vierradantrieb ist sowieso klar. Es gibt einen Modus fürs Gelände. Ich weiß nicht, ob man mit dem Auto ins Gelände wirklich fährt. Man merkt natürlich auch das Gewicht. Ich glaube, der ist 2,6, 2,7 Tonnen schwer. Und dem bei einer Vollbremsung, die er wahrscheinlich perfekt hinbekommt, du merkst schon das Gewicht, das er dann weiterschiebt. Super, ich biege jetzt hier gerade in einer sehr, sehr engen Gegend-Area um. Und das Ding lässt sich wirklich, boah, Wahnsinn, der hat ja so einen kleinen Wendekreis. Ich glaube das ja gar nicht. Das ist Wahnsinn, aber es liegt wahrscheinlich auch durch diese lenkbare Hinterachse. Aber das ist, jetzt bin ich echt total baff. Also es ist ein Trummen, dieses Ding. Das ist wie, als hätte ich einen Schrank, den ich fahren würde, mit 250 Stundenkilometern. Und ist aber so leicht, das Handling und Wendekreis. Das ist fantastisch. Also da bin ich jetzt wirklich ganz baff. Ich glaube, den kannst du im Alltag benutzen. Es ist natürlich klar, er ist riesengroß. Die Länge ist ja sehr, sehr lang. Die Plattform ist vom Phantom. Mit Parkplätzen dürfte es ein bisschen schwierig werden. Aber du gewöhnst dich sehr, sehr schnell an diese Ausmaße. Und es kommt dir nicht so vor, als wirst du in einem riesen Truck oder sowas. Sondern er ist übersichtlich. Du kannst alles sehen. Also der ist für mich absolut alltagstauglich. Also Leute reagieren interessiert. Weil ich glaube, dass die meisten noch gar nicht wissen, dass es ein SUV von Rolls-Royce gibt. Und deswegen sind die irritiert, weil das Auto von außen auch sehr groß wirkt. Sehr beherrschend, aber von der Form noch unbekannter ist als ein Phantom zum Beispiel. Die Ingenieure haben hier was Fantastisches geleistet. Es ist ja ein Zwölfzylinder. Und wenn du den anmachst, wenn er kommt, denkst du dir erstmal, das sind riesen Vibrationen und ein Röhren und so weiter. Und die haben einen geilen Test gemacht. Die haben auf die Motorhaube eine Münze drauf. Also hochkant, nicht hingelegt, so sehr es einfach. Haben den Motor gestartet und die Münze ist nicht umgefallen. So laufruig ist dieser Motor. Das ist Wahnsinn. Und das kriegst du natürlich auch mit. Es gibt hier keine Vibration. Nichts. Es ist einfach nur ein Vergnügen. Da gibt es Gas, er geht weg. Aber es ist nicht irgendwie, dass es sich irgendwie, ja so wie man das auch bei den Amis kennt oder bei V8 oder bei anderen V12 Motoren. Das hier ist wirklich, das ist Luxus pur. Das ist wirklich die Definition von Luxus. Und wenn man es sich leisten kann, du verwöhnst dich damit einfach. Dieses Modell fängt bei 300.000 Euro an. Unseres, mit ein paar Featuren, da liegen wir ungefähr bei 400.000 Euro. Und mit mir drin sind es mehrere Milliarden natürlich, das ist klar. Als Vergleich, es gibt ja den G63, es gibt den SUV von Bentley, es gibt Range Rover, die hören glaube ich alle bei Mitte 200.000 Euro auf oder so was. Oder knappe 300.000 Euro, da fängt der hier erst an. Es ist wirklich, eigentlich ist es fast ein bisschen wie eine Kur, wenn du mit dem Auto fährst. Ja, du machst eigentlich eine Ayurveda-Kur. Es fehlt nur der Einlauf, kriegst du hier vielleicht auch. Aber von der Ruhe und von der Entspannung ist es fantastisch. Und es ist auch ein Auto, den kannst du ja wirklich gut treten. Aber das machst du mit dem nicht, weil du entspannst unwillkürlich. Das ist nicht so ein kleines, sondern du kannst Gas geben, du weißt, dass du die Power hast, musst es aber nicht machen, sondern den genießt du einfach.